Musik Dieses Ort ist eine wundervolle Jouelbox, um Musik zu machen, weil die Menschen interessieren. Sie verstehen den Wert der Kultur, der Kunst, was sie zur Welt bringt. Musik Die Manufaktur war wirklich der Creator für die Freundschaft, weil wir haben hier zusammen gespielt, waren der Meinung, das ist etwas ganz Spezielles und jetzt kommen wir zurück und haben das Gefühl, wir kommen an den Ort des Ursprungs zurück. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Musik 18 Jahre vorhin war meine erste Besuchung. Das ist ein sehr spezielles Anniversary, sehr signifikant, denn das war die erste Mal, dass ich Jan kennengelernt habe und habe Musik mit ihm gemacht. Das ist sogar noch besonders. Elene und ich haben wirklich ganz ähnliche Emotionen im Leben, über die ganz normalen Dinge im Leben, Freundschaft und wie man sein Leben vielleicht führt oder an was für Werte man glaubt. Aber auch beim Musikmachen gibt es so eine ganz selbstverständliche Übereinstimmung in so vielen Punkten, dass es wirklich jedes Mal fast wie ein Wunder ist, wenn ich mit ihr spiele. Musik 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 Vielen Dank.